Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry Primal in der letzten Folge. Okay. Okay. Ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen und sollen uns jetzt um Ul kümmern. Päffern! Ähm, der sieht ja nicht ganz so freundlich aus. Ich glaube halt, das wirklich Problematische... ...geht hier wirklich die Bestie zu heilen. Päffern! Uah! Tak! Fuck. Das wäre vielleicht jetzt. Fuck, was haben wir jetzt noch? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, fuck. So, hier. Oh, oh. Hi. Auf Wiedersehen. Nein. Komm jetzt sofort hierher. Das ist so fucking nervig. Aber immerhin haben wir den jetzt schon auf die Hälfte runter gekriegt. Das ist ja schon mal was. Nerv nicht. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Was ist das hier für eine Bombe? Ach, Stachelbombe. Okay. Feuerbombe war eigentlich schon ganz okay. Ich kann sie irgendwie nur nicht werfen. Hallo. Heffern. Kann ich bitte? Oh. Bienen erschlagen. Ich werde gerade von Bienen heimgesucht. Das ist nicht ganz so heiß. Okay. Hier. Fuuuuh. Hier. Ja. Du brennst, Bruder. Fuuuuh. Fuck. Oh, damn. Da ist jemand ein bisschen evil, glaube ich. Okay. Wir sind also doch gestorben. Aber es war schon... Wir haben den schon echt gut runter gekriegt. Das sollte... Es hat sich nicht gespeichert. Das Leben ist furchtbar. Okay. Ähm. Die Bestie ist auf jeden Fall wieder voll geheilt am Start. Das ist schon mal ganz nice. Da steht dieses Mal kein Typ. Aber der ist gerade auf dem Weg dahin. Hier. Mann. Dieser Bestienkampf ist einfach so verdammt nervig. hierher. Es bringt halt einfach so überhaupt gar nichts. Es ist einfach jedes Mal einfach die größte Frechheit. Oh. Das war nur ein Köder. Jo. Jo. Mir fällt auch gerade ein. Wir sollten vielleicht echt auf Dauer auch mal... Den ganzen anderen Kram benutzen. Hallo. Wer auch immer du bist. Bin ich im... Habe ich den richtigen Bogen? Ja, sollte ich. Puh. Ich muss gerade wieder erstmal gucken. Ich habe wieder keine Dings mehr. Du müsstest Stück, Alter. So. Ähm. Was ist denn das? Hier. Oh fuck. Er versucht mich gerade zu stalken. Ich würde jetzt nicht hauen. auch irgendwie lustig, wie er einfach so weiter gelaufen ist. Obwohl er gerade irgendwie so ein Ding auf den, ähm, Kopf bekommen hat. Funny. Hier. 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 oh 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 ah fast ja komm wir springen hier runter so jetzt muss ich mal eben kurz gucken stachelbombe ja gut warum nicht ja mal auf damit ja bestie kümmer du dich mal darum gerade hallo ja mal auf dich für irgendwas zu feiern fuck fuck haben wir noch irgendwas das hier hi so äh ich hätte ganz gerne was ist das feuerbombe ja die ist nice okay er hat mich gerade eben verfolgt so ein psycho er hat mich immer noch verfolgt ungünstige lage gerade er folgt er mich immer noch mich verfolgt jemand anders und er irgendwie indirekt auch aber das ok ist ok könntest du bitte einfach mal kurz rennen dankeschön also ich nehme jetzt auch hier wieder alles mit was geht ich nehme jetzt auch hier wieder alles mit was geht komm her ja hat er sich festgebackt oder so nein und ja wir sind 3 Heilungschance. Es sei denn, er kommt jetzt direkt angerannt, was er wahrscheinlich tun wird. Ah, nee, noch nicht. Juhu! Ups, erstmal direkt das Mikro verhauen. Juhu! Oh, oh, oh. Das war's für heute. Oh, schlalka. Oh, schlalka. Oh, schlalka. Ja, und was heißt das jetzt für uns? Auf dem Weg gehen! Ja, und das ist gut. Schul mit orderen, schlalk um die Erde zurück. Er ist gut, schlalk. Ja, schlalk! Mach schlalk! Mach schlalk! Mach schlalk! Das ist mein Mann. Das ist mein Mann? Das ist mein Mann. Herr Kusschummarwawinja! Es ist mein Mann. okay und nun also es sieht so aus als würde es noch weitere missionen geben ja das sind halt alles hier so low level mission ich würde sagen der folge könnten wir ja noch mal zu den leuten hingehen die noch missionen von uns wollen das sind jetzt drei als erstes gehen wir am besten mal zu den blauen typen der so auf freundlich macht aber in wirklichkeit irgendwie glaube ich ein bisschen durchgeknallt ist der müsste irgendwie hier so hinter seine der hat sich ja seine zelle so ein bisschen außerhalb ich weiß halt immer noch nicht so ganz was uns das alles jetzt sagen soll aber ist okay ist okay hier vorne genau okay noch was ich kann ihm hier eine hütte bauen tun mir leid dafür fehlt mir südstein staub blöd gelaufen am sorry so der bekommt erstmal keine hütte vielleicht machen wir das noch dafür müssten wir halt in den süden gehen darauf habe ich gerade keine lust da wird mir jetzt eine mission angezeigt hier ist nur haus verbessern es ist wie es ist und damit musst du dich zufrieden geben aber wir können ihm jetzt auch eine hütte bauen nord tun ja ich werde jetzt nicht in den norden gehen um ihm eine hütte zu bauen das kann er vergessen aber danke für die info auf jeden fall bei den beiden steht also noch was an ich habe jetzt ein bisschen angst dass die nächste mission bei dem da wieder so eine drogen mission sein wird und auf so ein trip ding habe ich jetzt eigentlich nicht so viel lust aber wir können ja einfach mal nachfragen und ansonsten kann ich die folge auch in dem trip beenden und daher ist okay aber es ist jedes jede jede mission bei ihm war glaube ich eigentlich so ein trip oder ich bin ein bisschen wenn ich da bin ich weiß nur ich weiß nicht für die Das war's für heute. Wir werden uns nicht verletzt. Das ist ein Schmutz. Wir werden uns nicht verletzt. Wir werden uns nicht verletzt. okay das klingt schon mal halbwegs interessant ja wir haben also jetzt wieder missionen und zwar zwei hütten und halt eine von ihm das okay also ist das spiel noch nicht ganz vorbei ich weiß jetzt auch nicht was da jetzt noch kommt also wir haben jetzt den anführer eigentlich getötet oder naja gut ich würde sagen an der stelle setzen wir einfach mal einen cut über eine bewertung kommentar freue ich mich immer sehr wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und dann gucken wir einfach mal was hier noch so geht in der welt und wie wir noch so besuchen können bis dahin